Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Video auf Unboxing Zartalks. Diesmal habe ich das zweite Volume zu The Irregular at Magic High School. Game for the Nine. Ich habe hier so einen ARC Titel. Mal gucken ob ich das hier auch schon aufreißen kann. Auf der Seite. Würde ich wahrscheinlich die Heer gar nicht brauchen. Das FSK Logo ist wieder nach aufgeklebt. Und hier haben wir die Box bzw. den Pappschuber. Wieder glänzend. Die Seite ist auch glänzend. Und hinten ist es auch glänzend. Das ganze geht 120 Minuten. Und hier haben wir das Inlay. Dann zeigen wir erstmal die Grafiken bzw. die Bilder. Und hier ist der Silinderer. Die zweite Blu-Ray. Ich weiß nicht noch was dahinter ist. Ein Achteck. Und dann haben wir hier Episodenguide. Ein Buch Klee. Mit Graf der Infos. Ich habe sie da ein bisschen zu weit geblättert. Und die deutschen Synchronsprecher sind hier auch nochmal aufgeführt. Dann ist auch noch Werbung für KSM dabei. Wo wir auch mal kurz reingucken können. Fullmetal Alchemist. Digimon. Nabuto. Und die ganzen Klassiker. Ja. Das war das Unboxing zu dem zweiten Volume. von der Eurogalei Magic High School. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bezüglich der KSM Fragen wird jetzt auch die nächste Woche endlich mal das Video folgen. Ansonsten bis zum nächsten Mal.